Ein Kompakt-SUV für all jene, die nicht mit dem Mainstream gehen wollen, so könnte man den Suzuki SX-4 S-Cross durchaus bezeichnen. Es gibt trotz auffälliger Zweifarbenlackierung wie hier beim Testwagen keine Design-Highlights und auch im Innenraum wird Normalkost serviert. Doch das kann auch als Vorteil gesehen werden, wenn der Fokus ganz einfach auf souveräne Alltagstauglichkeit gelegt wird. So bietet der 4,30 Meter lange SX-4 S-Cross großzügige Platzverhältnisse in beiden Reihen. Für zusätzliche Flexibilität können auch hinten die Rückenlehnen verstellt werden. Der Kofferraum hält in Grundstellung immerhin 430 Liter Ladevolumen bereit. Der Ladeboden kann zudem in der Höhe verstellt werden. Das maximale Ladevolumen beträgt 1269 Liter. Das im Testwagen eingebaute 120 PS Benzintriebwerk ist etwas kernig in Antrieb- und Geräuschentwicklung. Leider fehlt der sechste Gang, um das Drehzahlniveau niedrig zu halten. Wer die Kraftreserven ausreizt, kann schnell mal über 9 Liter verbrauchen. Bei Zurückhaltung sind auch Werte um die 7 Liter auf 100 Kilometer möglich. Der Testwagen verfügt über das Suzuki All-Grip Allradsystem mit selbstständig zuschaltender Lamellenkupplung. Das System offeriert vier verschiedene Einstellungen und kann das Fahrzeug zur Not auch mal aus dem Schneehaufen befreien. Wer sich nun für einen SX-4 S-Cross mit All-Grip-System entscheidet, muss zumindest 23.990 Euro hinlegen für das Modell Schein mit 120 PS Benzinmotor. Das sind etwa zwei Zonen-Klimaanlage Tempomat und Keyless Go bereits inkludiert. Varianten mit Dieselmotor und CVT-Getriebe sind ebenfalls im Programm. Der reine Fronttriebler ist schon ab 19.490 Euro erhältlich, zu Redaktionsschluss in Aktion sogar ab 15.990 Euro. Moderne Fahrassistenzsysteme wird man übrigens beim Suzuki vergeblich suchen. Für manche Kunden ist das allerdings ein richtiger Segen.